So, das war kein Volk im Mund, wieder diese Dreierkombination. Bei dem ist die Fußhaltung eben etwas besser. Da hast du wirklich schön nach vorne und die Zehen nach oben geklappt. Bei dem anderen noch nicht so ganz. Hier fehlt die Konzentration noch ein bisschen auf den Fuß. Der Geräusch steht noch nicht so ganz. So, sehr schön. Das war ja super.